Herzlich Willkommen zum versprochenen Together 2 New Super Luigi U Ja, hey! Wow, ich hab nichts getan, ja? Sie ist Agro, nicht ich. Sie ist der Drache. Ich bin kein Drache! Doch, hörst du hier so an. Final Level 2, los, rennen! Warte, warte, warte. Ja, ich warte wenigstens, ne? Ja, ich hab auch gewartet. Du bist weitergerannt. Ja, gar nicht. WTF? WTF? Okay. Scheiße. Wir warten jetzt darüber. Ja, sie ist drüber schnell. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Oh. Das war viel zu hart. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Okay, okay, okay. Pause. Komm her. Halt, nein, nein, nein! Nein, ich will nicht... Töte dich! Nein, ich bin aus Versehen reingestolpert. Du hast auf die Flasen! Ja, dann musst du dich trotzdem umbringen. Toll, jetzt kannst du es alleine machen. Was? Ach. Nein, lass mich los! Ich mach doch gar nichts! Mann, bist du doof! Ich hätte doch nichts gemacht! Wieso hast du nicht umgebracht? Ja, ich... Was? Du bist so aus dem Mal raus! Ich hätte dich nur transportiert. Wieso hast du nichts gemacht? Ich hätte dich nur transportiert, sonst nichts. Jetzt hast du Yoshi umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Toll. Gedrückt werden wir beide jetzt halt mit Yoshi im Ziel. Jetzt bin ich wieder so, das gibt's doch gar nicht. Lol, selbst schuld, Mann. So hast du es gemacht. Ich hab mal eine Dienste angeboten. Deine Dienste! Ja, nicht falsch verstehen. Ja, die bringst du mir nicht. Obwohl, die kann ich durchaus auch anbieten. Ja, aber die bringst du nicht. Doch. Nein. Und ja, du hast dich dann eigentlich freiwillig umgebracht. Muss man sagen. Du hast mich... Du hast mich verschluckt. Du wolltest mich runterwerfen. Nö. Das geht auf deinem Kopf. Du warst klein und ich wollte dich retten. Ja, komm, hol sie. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit, ne? Hä? Wie soll ich die holen? Ja, komm, denk mal ein bisschen nach. Ist nicht schwer. Ja, aber dann komm ich ja... Denk nach! Ich weiß, du hast es auch lange nicht mehr gespielt, aber du kannst fliegen. Oh, Mann. Ja, ich hab sie geholt, Mensch. Ja, aber... Ja, wie hätte man das... Ach so, man hätte es noch von der anderen Seite machen können. Nein, ist doch vollkommen egal, wie... Das ist einfach... Fliegen? Und dann? Ja, ich bin... Ich hab's doch so gemacht. Nein. Du bist gestorben, ich nicht. Was denkst du von mir? Mach schon hin, ne? 50 Sekunden nur noch. Oh! Du hast die scheiß Liane weggetan. Ach, zum Kotzen. Was machst du bitte? Ich weiß nicht, ich bin da angekommen und dann... Alter, wie oft hab ich dir schon gesagt, diese Stampfattacke, lass es bleiben. Ich mache sie doch nicht. Ich bin nur an dem Rand und dann ist er automatisch runter. Woran bist du gestorben? An einer Stampfattacke. Nein, weil ich oben hängen geblieben bin. Ich bin gegen die Röhre gefallen. Jeder hat die Stampfattacke gesehen. Du kannst es dir nachschauen. Ja? Wer wie ich? Ja, die Stampfattacke war da, aber ich hab's hier nicht ausgelöst. Ach, so war das mein Vater. Ja, dann werde ich ihn natürlich unverzüglich bestrafen dafür. Habe ich das nicht betätigt? Nein. Ach, ich hab's nicht betätigt. Okay. Dann gib her. Oh, los. Los, 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 los. Geil dich. Chill. Ich sag, chill. Vielleicht schafft man es auch ohne. Ich probiere es einfach mal. Jetzt ist es auch egal. Ich hab auf A gedrückt. Ich wollte schütteln mal und bin dann auf A gekommen. Wie kann man, wenn man schütteln will, auf A kommen? Er hat jetzt so einen Facepalm. Du Sch***. Er kann die Hand gar nicht hoch tun. Dafür gibt's keine... Wie kann man... Ich verstehe ja, wenn man den anderen Knopf... Er macht den Facepalm mit der Nase. Ja. Ich verstehe, wenn man einen anderen Knopf drücken will und dann auf A kommt. Aber wenn man schütteln will, auf A kommen. Ja, was weiß ich, ey. Zum Kotzen wieder. Ja, warum sollte es nicht gehen, dass ein Joschi und ein toten Kind haben? Ja, du müsstest erstmal eine Ausrede einfallen lassen, oder? Ja, hallo. Das geht genetisch gar nicht. Ein Mensch kann sich auch nicht mit einem Affen trauen. Ja, kann sich schon, aber keine Kinder zeugen. Was? Hattest du keine Biologie oder Genetik oder sowas? In der Art. Ja doch, aber es sagt ja keiner, dass ihre Organismen so unterschiedlich sind. Falsch. Oh, ich krieg auch was. Mein Pinguin. Ja. Oink, oink. Nein, die machen ja auch. Die machen doch nicht oink. Was ist denn geiler? Ja. Irgendwie so. Das sind für dich denn bitteschön Pinguine. Die machen doch kikiriki. Die machen doch nicht kikiriki. Ja klar. Kikiriki. Und muh auch. Ja. Ja? Schlaff gehört? Also verarschen kannst du dich selbst. Ey, was ist denn hier los, Mensch? Du bist schlecht. Du bist schlecht. Das ist alles. Ganz einfach erklärt. Das ist doch nicht machbar, ey. Das ist... Oh. Ah. Episal death. Also das war so billig. Das war so billig. Ey, ich kann was nicht sterben, ey. Ich war vollkommen aus, äh, ja. Ja, ich verlau. Wie beim letzten Mal. Es fehlt mir die Erklärung dafür. Aber ist das so billig. Das ist mein neuer Hassgegner. Also Ludwig, das war nix. Der ist der neue Hassgegner. Ist das so billig, ey? Schäme dich. Oh mein Gott. Du brauchst gar nix sagen. Du hast schon viel früher verstanden. Ja, aber so habe ich nicht mehr gar nicht. Ja, ich habe die Kunst nur mal bei dem einfach nur übel zu verscheißen. Das ist einfach ein Talent so zu verscheißen. Ich weiß nicht, weil du schlecht bist vielleicht. Äh, 86 Sekunden. Wenn du nicht schnell bist, dann muss ich dich leider vergessen. Mach schon. Okay, ich muss gehen. Ja, warte. Ich habe es geschafft. In der letzten Sekunde. Boah, fast wäre ich hier noch gestorben. Die ganzen Steine hier, die bringen mich fast um. Hey. Naja, immerhin bin ich gestorben. Ja gut, das ist aber auch kein so schweres Level gewesen, oder? Ja, trotzdem. Die ganzen Steinchen und alles. Ja, komm schon. Oh Mann, ey, ich höre die Kehlen. Das war jetzt auch nicht gewollt. Schäm dich, Mensch. Ja, egal, da war es halt gute Teamarbeit hier. Ja. Ich meine, er hat mich angegriffen. Was soll ich machen? Das ist doch nur Notwehr. Ja, aber was denkst du denn darüber, wenn Leute schreiben, ey, der Pot ist zu kurz, Alter. Mach mal länger. Wie findest du das? Ja, ich finde das schon scheiße. Die haben ja keine Ahnung, wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt. Vor allem, sie zahlen ja nicht mal was dafür. Die kriegen das hier alles umsonst in den Arsch geschoben. Das ist der Justin. Der hat noch sein Etikett. Das ist kein Justin. Justin. Das ist kein Justin. Wieso bist du so schlecht? Ich bin nicht, ey, ich hatte noch mal einen Yoshi. Scheiße, jetzt fängt sie weiter. Ah, das greift mich an. Ach so, ja, wir sind ja live drauf hier. Ja. Guckt mal, Leute, das ist eine Live-Sendung und, äh, so, entschuldigen Sie sich immer die Fernsehsendung. Adieu, Mensch. Ich würde dich ja die Level alleine machen lassen, wenn ich nicht wüsste, dass du es eh keine 20 Sekunden schaffst. Labber nicht, Mensch, du bist so gemein. Wollen wir was ausprobieren? Ja, ich bin jetzt klein, das ist was anderes. Wie viele Sekunden waren es? Wie viele Sekunden? Das waren diese Steinblöcke. Ich weiß es nicht. Das waren diese Steinblöcke. Erschlag dich. Es gibt ja auch eine, ähm, es gibt auch eine Statistik für die Facepalms. Das war jetzt alles ein Facepalm, also Facepalms wahrscheinlich plus 8. Nein, ich, wo ist die Feuerblume? Ach, die hast du geklaut. Ich hab sie nicht geklaut, du hast sie aktiviert und der Kugel-Willi, der Giganto-Willi da, oder wie sie heißt, der hat den Block, auf dem die Blume stand, zerstört und dann ist sie auf mich draufgeflogen. Das ist wie wenn eine nackte Frau auf mich draufkriegt, dann sag ich auch nicht nein. Doch, dann sagst du nein. Achso, ja. Dann hast du nein zu sagen. Seit neuestem schon. Seit neuestem? Seit über einem Jahr? Ja, seit... Wie lange? Schwann. Ich heiße es natürlich. Nein, das war meine... Ja, zu holen. Da, Pilz, da unten ist der Pilz. Doch, du musst sie holen. Ist doch sonst langweilig. Ja, aber ohne Eisblume. Ja, komm, streng nicht an, dann schaffst du es auch ohne Gegentreffer. Also das ist... Nein. Ja, was denn? Da musst du schon ein bisschen timen. Ja, ich hab's doch getimed. Okay. Ich bin ja sicher, dass du sowieso wieder sterben musst. Toll. Aber ich kann dich ja unterstützen. Warte, stell dich da drunter. Komm, mach was Sinnvolles. Oh, das ist... Da kann ich nix für. Not really. Wenn die scheiß Dinger einfach nicht zu dir wollen. Weil die haben gesagt, ne. Achso. Und da war's schon wieder. Ach, ich dachte, es kommt wieder raus. Also entweder bist du alkoholisiert oder das Level ist nicht deins. Das Level ist, glaube ich, nicht deins. Irgendwie läuft's grad nicht. Oh, ich lebe sogar noch. Ich lebe sogar noch, warte dort. Wieso? Jetzt lebst du nicht mehr. Ja wegen dir. Und ich auch nicht mehr. Hast du das gesehen? Ja, das hat mich gefreut. Mich nicht. Das ist schon wieder so ein Level, wo man so wie viel platzert. Ja, das ist halt so, wenn man nicht weiß, was da... Dann ist das im Forever Scheiße. Ne. Nein! Ach, verdammt, Mensch! Geil. Unnötig, aber... Na ja. Warte, Yoshi kommt aber noch nach. Ja, warte mal. Der lebt noch. Ich will ihn haben. Wie hat er das geschafft? Behalte ich 16... Ja, gut, 60 Sekunden. Nein! Das ist nicht dein Ernst jetzt. Oh, Mann. Ja, warte, ich will ihn holen. Ja, warte, ich will ihn holen. Ja, warte, ich will ihn holen.